Herzlich Willkommen zum First Class Energy Podcast, dein Podcast für mehr Lebensqualität durch neues Bewusstsein. Hier warten kraftvolle Impulse, Übungen, Meditationen und vieles mehr auf dich, damit du dein Mindset verändern, dich selbst empowern und deine Resilienz stärken kannst. Ich bin Susanne Olmer und ich begleite dich hier ganzheitlich und vor allem von Herz zu Herz auf deinem Weg. Bist du dabei? Ich freue mich auf dich. Wie schön, dass du da bist und dir Zeit nimmst für eine neue Folge hier im First Class Energy Podcast. Ich möchte mit dir heute eine kurze Meditation machen, die dich dabei unterstützt, dich gezielt zu entlasten. Hast du im Moment das Gefühl, dass du gedanklich oder in deiner Gefühlswelt überlastet bist? Vielleicht hast du dir in den letzten Tagen oder Wochen einfach zu viel aufgeladen. Vielleicht trägst du noch zu viel Verantwortung für oder von anderen. Was auch immer gerade auf deinen Schultern liegt, wo auch immer du zu viel Last mit dir herumträgst, jetzt könnte für dich der Moment sein, um dich ganz bewusst zu entlasten. Bist du dabei? Dann geht es jetzt mit unserer gemeinsamen Meditation los. Mach es dir. Nun bequem setze dich auf einen Stuhl. Stelle deine beiden Beine nebeneinander, sodass deine Fußsohlen im Boden berühren. Lege deine Hände locker auf deinen Oberschenkeln ab. Richte deinen Rücken gerade aus. Schließe nun deine Augen und atme ganz ruhig und gleichmäßig durch deine Nase ein. Und durch deinen leicht geöffneten Mund wieder aus. Atme wieder ein und aus. Entspanne dich. Lasse den Atem ganz natürlich in dich hinein und wieder aus dir herausströmen. Mit jedem Atemzug, den du einatmest, strömt frische Energie in dich hinein. Und beim Ausatmen lässt du ganz bewusst alles Undienliche aus dir abfließen. Spüre, wie du immer mehr zur Ruhe kommst und wie du es genießt, dir jetzt diese Auszahl zu gönnen. Spüre nun deinen Körper. Beobachte dich. Fühle in dich hinein. Wo nimmst du in deinem Körper in diesem Moment Schwere wahr? Wo sitzt in dir, in deinem Körper im Moment die Last der vergangenen Stunden, Tage und Wochen? Lasse dieses Gefühl in diesem Moment ganz präsent werden. So dass du ganz bewusst wahrnimmst, was du dir unbewusst aufgeladen hast. Dies kann sich wie ein schwerer Rucksack anfühlen, der auf deinen Schultern liegt. Oder wie ein schwerer Helm, der sich auf deinem Kopf befindet. Was auch immer du gerade wahrnimmst, akzeptiere es so, wie es ist. Entscheide dich jetzt, diese Belastungen der Vergangenheit abzulegen. Sage dir hier, ich entscheide mich, meine Last abzulegen. Und dann stelle dir nun vor, wie du deinen Helm oder deinen Rucksack oder etwas anderes, was sich in dir als Last aufgetürmt hat, nun vor dir ablegst. Spüre, wie du dich hier regelrecht entlastest. Vielleicht hast du das Bedürfnis, tief durchzuatmen. Nimm wahr, wie sich nun dein Körper anfühlt, wo diese Last von ihm weggenommen wurde. Fühlt es sich leichter an? Spürst du mehr Klarheit? Oder nimmst du sogar schon jetzt mehr Leichtigkeit in dir wahr? Diese Last, die du zuvor mit dir getragen hast, darf nun hinter dir gelassen werden. Gehe nun an der alten Last gedanklich vorbei und stelle dich vor diese Last, sodass sie nun hinter dir liegt. Gehe gedanklich den Weg vor dir weiter und lasse all das Alte einfach hinter dir. Gehe weiter und weiter. Wenn du magst, kannst du dich noch einmal umdrehen und dich verabschieden. Denn jetzt ist die Zeit gekommen, um leichter, beschwinkter und wieder mit mehr Zuversicht deinen Lebensweg zu gehen. Winke deiner Last noch einmal zu. Und drehe dich nun um und gehe deinen Weg weiter. Und auf deinem neuen Weg warten viele, viele Momente auf dich, die du nun mit Leichtigkeit und Zuversicht sowie mit Freude in Empfang nehmen darfst. Erlaube dir jetzt, diese neue Leichtigkeit zuzulassen. Und spüre, wie du beim Ein- und Ausatmen bereits jetzt mehr Frische und Klarheit in dir aufnimmst. Gehe deinen Weg weiter, voller Zuversicht und Vertrauen. Es ist nun so weit, um wieder in den gegenwärtigen Moment zurückzukehren. Atme hier einmal tief, ein- und aus. Strecke und bewege dich. Dehne dich, wenn du möchtest. Schüttle deine Hände aus und bewege deine Füße. Spüre dich in deinem Körper. Spüre die neue Leichtigkeit und die neue Kraft in dir. Und dann öffnest du jetzt deine Augen und bist in deinem Raum zurück. Ich hoffe, dir hat diese Übung gut getan und wünsche dir noch einen wunderbaren, leichten und vor allem kraftvollen Tag. Ich freue mich, wenn wir uns hier ganz bald wieder hören. Mach's gut und von Herz zu Herz deine Susanne. Ich freue mich, wenn wir uns hier ganz bald wieder hören.